Ja ihr Lieben, wie ihr schon erkennen könnt, an diesem schönen Zeichen werde ich heute McDonalds testen. Herzlich willkommen auf meinem Channel und ich frage mich schon, ist das der Double Cheeseburger? Der ist doch so klein. Naja, ich gucke mal rein. Ist ja wie ein Geschenk, was man hier auspackt. Ich weiß jetzt nicht, also ich war heute im Wald laufen, also nicht laufen, nicht joggen, aber lange gehen. Aber der riecht aber gut. Ja, also eigentlich liebe ich Cheeseburger. Eigentlich kannst du mich mit dem Cheeseburger, kannst du immer sagen, Sören komm, wir gehen Cheeseburger essen, bin ich immer dabei. Aber ich habe lange nicht bei McDonalds gegessen. Ich würde mal sagen, so über ein halbes Jahr nicht. Und deswegen darf ich da jetzt mal das Herzsaft reinbeißen. Es ist heiß, also er ist noch warm, das heißt er ist also frisch und ich werde jetzt einmal schmecken, wie er schmeckt. Hm, Fleisch ein bisschen hart. Warum? Moment. Na, aber es gehört wohl so. Es sind zwei Fleisch, also zwei Patties. Dann haben wir hier Gurke drauf, Gurke liebe ich. Gurke ist sowieso gesund. Und die Soße. Und Soße ist irgendwie aus Ketchup und Senf, wenn man das so erkennen kann. Der Käse ist unter der Gurke. Na, beißen wir nochmal weiter. Was würde Monte jetzt sagen? Dicker, das schmeckt. Ja, das schmeckt. Das ist echt gut. Ja, ja.